So, du gehst runter, du gehst runter Moin Meister Na, ne 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 Also mich wirst hier Ja, dankeschön Nein Oh Gott, 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 oh Gott Einen flauschigen guten Tag wünsche euch Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Sky Wars Auf dem Minecraft.net-Server Und wo ich hier gleich schon mal am Aufnehmen bin Ach, da können wir doch noch hier gleich die zweite Runde reinhauen Zack, boom, tschaka Oh nein, wer hat denn für diese Map gevotet Och nee, das finde ich am schlimmsten mit dem Wegwerfen Weil es hier immer dann durchpackt, weil es nur Stufen sind Oh, das finde ich so schlimm immer So einfach Tür zu Hat niemand gesehen Fertig So, hier drüben haben wir Jemanden Mit dem wir spielen können Ich würde sagen Da gehen wir mal rüber Ja, ihr könnt euch mal wieder gegenseitig abschlachten Kommt aber davon, wenn man direkt in die Mitte geht Hä? Hast du überhaupt Blöcke? Oh, ich glaube, sie hat nicht Blöcke So Habe ich die Brustplatte bekommen? Nein, ich habe die Brustplatte nicht bekommen Hattet ihr nicht eine Tierplatte? Habe ich es nicht genau gesehen? Ich weiß gar nicht Jetzt bin ich mir schon ein bisschen unsicher Weil ich habe ja eigentlich alles bekommen So, du gehst runter Du gehst runter Also Ja, tschüss Kann sie auch zur Runde verlassen Also erst in die Mitte gehen Und dann meinen Hier abschauen zu müssen Ne, so läuft das garantiert nicht bei mir ab Nein Ehrenlos 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 Tschüss Äh, Schutz 3 Nämlich Nein Hier braucht schon jemand in der Mitte 7,5 Nicht was Besseres Ach, ne Wer war nie in der Mitte Und mal den nehme ich mit Und dann Verschwinde ich wieder auf meine Insel Und baue mir ein paar Dias ab Dann kann ich noch meine Rüstung entschaden Ähm Ich glaube, ich mache mir einen Brustpanzer Das glaube ich gerade am sinnvollsten hier Äh, zack So Schnell Schnell Schutz 1 So, reicht Äh Ja, so Fertig Okay So Wo ist er? Guckt er da oben? Ne Da ist er Tja Moin Moin Meister Tja Ja, hier Ich kann auch Ja, komm, komm Komm Na, komm Ja, komm Was wird denn das? Hier wollen wir mal Komm Du wirst doch sicher runtergehen Komm Geh runter Na, okay Dann machen wir es anders Nö Nö, das sehe ich nicht ein Nö Nö, das sehe ich nicht ein Schüss Nö, da meine ich Wird scheiße Meine Angle ist gleich kaputt Ja, seine Angle muss aber auch gleich kaputt sein Hä, was bringt dir das denn? Also du bist auch irgendwie ein Depp, ne? Ja, er heilt sich noch Wow, da habe ich doch keine Chance Aber zwei Herzen hatte er Guten Tag Na, habt ihr mich schon vermisst? Na, na Okay, ich mache zwar hier einen Cut rein Aber ich warte hier gefühlt wieder minutenlang bis eine Runde voll wird Weil wir einfach Erstmal hier eine halbe Talkshow in der Wartelobby veranstalten Aber muss hier auch mal sein Bisschen über den Tag Plaudern Ja Das passt schon So, der Eine Ist glaube ich Et Obwohl, ist der Unleashed unterwegs? Ich weiß es gar nicht Ist der Unleashed? Moment mal Komm, verpiss dich So, ich bewege mich mal in die Mitte Müsste ja eigentlich gleich Schaden bekommen Wegen Wasser, wenn er drin ist Okay, okay, okay Meine Chance, meine Chance, meine Chance Okay, Mr. Noki Hat sich safen können Jo Nehme ich mit Nehme ich sowas von mit Dankeschön So Immer nur Schärfe 1 Und Schärfe 2 Schwert Genau, das brauche ich So, zack Jetzt kann es losgehen Ich muss nur noch kurz hier ein bisschen Was sortieren So Ich weiß, wo du bist Ich weiß ganz genau, wo du bist Irgendwo im Pils Wo steckt denn hier der Meister? Ach, da unten steckt da doch Moin Meister Na Ne, 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 ne Also mich wirst du ja Ja, Dankeschön Nein Oh Gott, 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 oh Gott Oh Gott, 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 oh Gott